hallo mortau ja diesmal erscheint das nächste video wie es scheint früher also nicht ein monat später sondern ein paar wochen lediglich ja letztes mal gab es so ein kleines ein kleiner rundgang bei der neuen map fatoria heute habe ich mir gedacht kämpfen wir wie ich letztens auch gesagt habe dazu habe ich vor ein neues schwert mitzunehmen und zwar das messer schwert also für mich ist es eigentlich ein schwert besser schwert der ente messer wenn der messer klingt besser das ente messer für 500 gold ja okay dann schauen wir doch mal was gibt es viele messe alles klar sieht ja voll cool aus oha ok klinge oha ok angeber klinge rührstange ok griff aushälter griff der rübel griff sieht schon ganz gut aus aber das filet messer sieht ja mal cool aus schade dass ich nicht hier diese klinge nehmen kann mit dem keine ahnung mit hier mit einer parierstange besser allgemein mit dieser parierstange nur na gut ja farben ja was sind hier die statistiken schon ganz gut glaube ich stechen ja stechen ist ja nicht so ok ja das haben wir schon ausgerüstet das ist sehr gut ich nehme den blutdrausch ok und wir haben noch einen frei oh das sieht voll cool aus wir haben noch einen punkt frei das heißt ich würde mir vielleicht bessere reiterhosen nehmen äh bessere reiterhosen bessere hosen schwerere ja doch die oder und vielleicht passe ich mal etwas mehr die farbe ein weil das sieht so irgendwie das sieht aus wie ein untergezogener Lappen also mit der jonge oh ja Schulterplatten nehme ich auch das sieht einfach geschützter aus äh hier die farbe nehme ich irgendwas was mehr so zum rest passt oh blau ne komm was nach mehr schutz aussieht wie ein Panzer und mit dem Panzer sozusagen die 7 sieht doch ganz gut aus jawoll jawoll ja komm äh und Arme was habe ich über Arme oh Arme spielen gibt es ja auch na gut das lasse ich schon mal ich hätte ein Hemd drum ok äh hier 7 ok hier sieht das mit der 7 etwas seltsam aus ähm ähm das hier passen eher äh das war was das war die das war die 3 ok soo ooooh Memblem ooooh 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 ok na gut das schaue ich mir dann aber später an glaube ich ach steck was wusste ich davon schon hab ich das vergessen na gut das schaue ich mir später an äh kein Emblem mit Talgrauheit doch ich mach mal Zero damit äh was ist das so ach komm ich lass es mal grenzen äh was gibt es noch Muster ach wie das lasse ich mache ja ok na dann ja mal gucken wie ich mich so anstelle bei der neuen Missions mal gucken wie ich mich so anstelle bei der neuen Missions map phytoria ok äh nicht eigentlich kämpfen 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 hey hat mir das ding nicht gespeitert äh den charakter ne doch hat er das sieht ja voll viel besser aus so ha cool ok äh kämpfen frontlane glaube ich ich hoffe ich kriege phytoria weil sonst muss ich so lange warten bis ich die map bekomme bis dahin mache ich dann eine aufnahmepause aufnahmestopp meint entschuldigung ja wie man sieht habe ich endlich phytoria bekommen ich musste nur einmal neu starten und ja dann mal gucken wie wir uns so wie ich mich so anstellen werde ich möchte jetzt nicht zu kommunistisch klingen ok ja bis gleich und da sind wir auch schon ja blau seid erfolgt gehen wir halt zu rot rein und ja diese rivale sieht doch ganz schick aus und dann das ist die map ja dann rein ich hoffe es lag nicht so sehr in der aufnahme wie letztens beim rundgang ich muss mich daran gewöhnen ok ok verstechen das war so das war hoch ok das tritt ok ok ich 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 es greift doch an man er hat moment so das ist jetzt flüssiger ich hoffe mal naja ok so ja da fliegen die katapulte oder den print ja ok ja gut da wollte ich jetzt nicht reinstechen ah ja ok naja ist ein elfbein sehr gut zu wissen ha 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 frame einbrüche warum erobern wir ok es geht noch weiter ach so oh man hey block doch das ist schon ein zeug geht denn hier ab da komme ich ja gar nicht zurecht hm warum ist meine festplatte zu voll bis daran hm hm das ist es geht die das ist das ist der vielleicht liegt es hinter mit und wir warten und ich gehe da rein toll die schuld ... naja egal ja an sich läuft das doch hier ganz gut naja ok da ist der Bogenschütze, da ist der Feind ach man kann da hoch, ne da gehe ich mir lieber nicht, nicht mit der Framway attacke nein oh man aber ich ist doch ganz gut Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wir uns wiederhören. Ah, naja, okay. Ich sollte vielleicht wirklich mal gucken, was hier... Mal gucken, wie ich meine Performance verbessern kann nächstes Mal. Sie stört, meine ich. Na, wir schaffen das schon. Aha. Jawoll! Hä? Blocken! Blocken, Junge! Also. Schwingen. Oh. Ja, ich glaub, das... ich hab so dann geschwungen. Ja, okay. Gibt es nicht noch eine Finze oder so? Nee. Ah, cool war das. Oh. Ja. 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 Oh. 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 Oh! Oh. 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 denn mann okay den 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 holen wir uns die performance wieder in ordnung bildrate man na gut sollte mich einfach das ich lass das mal mit der kommentation entschuldigung ich bin gerade etwas zappelig wegen der bildqualität bildqualität ey hmmmm ne das gefällt mir so nicht äh Thanos kannst du bitte mit dem finger schnipsen damit meine bildwiederholungsrate höher wird dankeschön die dürfen hier spawnen ich darf laufen toll toll ah die weg kloppt doch was zum teufel naja ok äh äh das äh ich hab doch gefühlt das wird sie nicht wirklich was ich überlege ob ich einfach die aufnahme jetzt schon beende weil also ich glaube die karte ist zu groß für meinen pc ich hoffe oder so und ich ach keine ahnung ich fühle mich behindert genau ja bei den letzten da kann ich nichts machen lohnt es sich überhaupt noch ich meine deswegen wird ja nicht die aufnahme gut ach komm die 30 sekunden der komm ich versuche es noch aber dann mache ich mal ein spiel ohne aufnahme dann gucke ich mal wie es dann läuft ja ich sehe den pfeil nicht mal fliegen das eh aah ja mecker 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 eh ja hä der ping moment ich hätte doch schon mal das nein ah ich hatte doch schon mal das problem mit dem ping war da nicht irgendwas ah hm man ich wollte wieder schauen da ping ist es ich habe ping probleme wieder nein ah 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 ich gehe raus ich gehe raus sag ich hallo ich kann nicht raus ah ja ah die ping probleme sind wieder da nein naja aber man muss schon sagen ich sehe schon viel besser aus so okay okay ähm ja sorry für das qualitativ hochwertige gameplay ja ich habe ping probleme ja ja nächstes mal klappt es vielleicht besser oder ich mache die aufnahme neu keine ahnung mal gucken wie die geworden ist entschuldigung nächstes mal gibt es wieder ein gameplay mit phytoria dafür sorge ich hoffentlich besser dann mit gutem ping und so ja bis dahin tut mir leid mal gucken ob ich die folge hochladen oder nicht mal gucken ob ich die folge hochladen oder nicht ansonsten mache ich einfach eine neue und die keine ahnung lade ich hoch als aufnahme fail oder so keine ahnung danke fürs zuschauen ja entschuldigung ich bin schande wie es scheint oder es wurde schande über mich gebracht danke ping danke internet keine ahnung äh ciao mit v und keine ahnung was es da noch für verabschiedungssprüche gibt äh ja tschüss aah oh man ey